Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Bergneustadt wurde gestern Abend auf der B54 in Höhe des Hitmarktes schwer verletzt. Er war mit seinem Ford Kombi gegen 22.30 Uhr aus Richtung Kierspe in Richtung Mainertsagen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in Höhe der Abbiegung zur Vollmilchstraße auf die Verkehrsinsel, prallte vor ein Schild und fuhr dann auf die Gegenfahrbahn in Richtung Kierspe, wo gerade zwei Fahrzeuge an der Ampel standen, die gerade auf grün wechselte. Als zweites Fahrzeug stand ein VW-Bus an der Ampel. Der Ford rammte diesen Bus seitlich, obwohl der Fahrer noch versucht hatte auszuweichen. Erst etwa 100 Meter weiter blieb der Ford stehen. Der 60-jährige Fahrer wurde vor Ort durch den Notarzt behandelt und gilt als schwer verletzt. Die drei Insassen des VW-Buses kamen mit dem Schrecken davon. Warum der Bergneustadter von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch unklar.